hallo und herzlich willkommen zum neuen video wir haben dienstag den 20. dezember 2022 und wir öffnen auch heute das adventskalendertürchen beginn mal der erste penny adventskalender da ist die 20 und es kommt ein schaugelpferd zum vorstellen beim penny adventskalender beim zweiten penny adventskalender da geht es weiter kommt jetzt was ich sage nur so viel penny scheint identisch zu sein zweimal dasselbe so hier bei den minions den gab es ja sowohl im aldi als auch im penny und ich habe mir aus dem penny da ist die 20 kommt jetzt was zum vorschein wisst ihr schon ich lasse es mal so dahingestellt sein was auch immer das ist so hier sind wir bei dem kaufler adventskalender da ist ja die 20 da oben dann machen wir jetzt weiter auch ein stiefel heute wieder ein bisschen arg verspätet nikolaus war heute vor zwei wochen bei dem häusler adventskalender müssen wir da runter gehen da ist das türchen es kommt ein pony hervor würde ich mal sagen und schließlich hier bei dem aldi adventskalender da oben ist im übrigen die 20 aber was ihr wisst ihr was hier ist und damit sage ich mal bitte like das video lasst ein abo da wir sehen uns dann morgen